Hey Sto-Stoll, willkommen zu euch zu eurem Let's Play Kami, Robert Wawf im Shastu Dino Vive und heute höchstwahrscheinlich im finalen Part des Ganzen. Man weiß es nicht. Ob ist das? Uuuuh, ein schöner Remix ist das. Ja, letzte EX-Stage, bevor wir uns denn zum Final-Boss begeben. Höchstwahrscheinlich, hoffe ich mal, denke ich mal. Es riecht ja alles sehr Final-Bossig. Im Hintergrund sind Dosen. Nein! Ja gut, bin ich halt Arzt. Ich glaube, hier wird nochmal alles auf mich zukommen, was es gibt. Autsch! Okay, ganz ehrlich. Gib mir Psycho. Oh, geiler Remix. Zip! Alter, die Stage will es aber wissen hier. Nochmal alles auffahren, was wir gelernt haben. Alles, alles. Ja, ja, ja. Nehmen wir mal Peitsche. Sagen wir auch schon lange nicht mehr. Wie soll ich das Gefühl, dass der irgendwann von dem Auto überfahren wird? Und dass ich ihn davon abhalten muss, nicht überfahren zu werden? Mein Erhält da... Ich muss echt warten, bis die Autos vorbei sind. Ach du Scheiße. Fuck! Ach du Heiliger. Okay, nochmal warten. Jetzt ist es, dass er überfahren wird, ey. Okay, aber er hat es geschafft. Yes! Okay. Okay. Okay, wo ich die jetzt hier, wo ich diese Gegnerart gerade mal sehe. Warum zur Hölle ist Jojo keine Kirby-Fähigkeit mehr? Nur mal so. Warum ist Feuer kein... Äh, Quatsch, Feuer... Äh, Feuer. Warum ist Jojo keine Kirby-Fähigkeit mehr? Irgendwas sagt mir, ich werde das Feuer brauchen. Und zwar ganz extremst. Yeah! Hier ist sonst nichts. Okay. Das geht jetzt nochmal durch alle Welten durch. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Sogar die, die keiner leiden kann. Die Unterwasser-Level. Wop, 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 wop. Und durch. Hi! Sharknado. Aua. So viel zu Feuer. Do you have any fire? Okay, weiter geht's. Mehr Sharknados. Ich komm nicht mehr zurück. Auch wenn ich das Gefühl hab, ich hab da was verpasst. Okay. Die Stage ist bisher ein bisschen confusing. Aber die Musik ist geil. Ist einfach so ein Wasserblock in der Mitte der Wüste. Doktor. Ich weiß nicht, mit der Doktor-Fähigkeit kann ich mich irgendwie noch nicht so ganz anfreunden. Denn... Die Fähigkeit funktioniert immerhin. Okay, hier ist nichts. Ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Nicht gleich klobig werden. Ah, fuck. Okay, hier ist Sonderbar. Okay. Die Sonderbar. Okay. Ah, lass mich raten. Das ist verdammt cool. Das kann einen heilen? Und wie komm ich da jetzt durch? Warf. Wie soll ich das jetzt aufkriegen? Warte mal. Ach so. Ah. Ich wollte grad sagen, irgendwo ist doch da was faul. Eins hoch. Okay, ich nehm... Was die Doktor-Fähigkeit geht, geht doch einiges zurück. Das ist... Was man damit machen kann, ist verdammt cool. Auch wenn's da ja nicht so häufig benutzt wird, leider. Man, da hätte man so viel draus machen können, aus dieser Fähigkeit. Oh, Arrow. Ich will Arrow sein. Serie nie geguckt, aber... Trotzdem ist cool. So, Moment. Und der Letzte hat doch der Boss höchstwahrscheinlich wieder. Ich mein, okay, wir sind jetzt sowieso wieder in super End-Level-Land. Wo der Background auto-scrollt, immer noch. Ich seh, hier hat sich also nichts verändert. Oh, das wär auch cool gewesen, aber Arrow ist auch verdammt cool. Also, Boxer und hier Bogenschlitz ist mit so meine Lieblingsfähigkeit hier, muss ich jetzt mal sagen. Und so. Ich mein, man hat sogar einen Nahkampf-Angriff, warum auch immer. Ich dachte, ich soll mich wirklich hinter meinem Dings verstecken. Also hier, hinter meinem Pappbaum. Oder meinem Pappbusch. Oder meinem Pappblock. Wo mich wirklich schützt, tatsächlich. Finde ich immer noch interessant, dass mich dieser Pappschutz schützt. Sam, Sam. Nicht schlafen. Und raus hier. Ich spuck die ganze Zeit auf meinen DS. Das ist voll unpraktisch, ey. Und hier war das Finale. Um genau zu sein, hier... ...ist so, Ende so. Wow, ich könnte Random machen. Nö. Verhalten mal deine Random-Scheiße. Bleib bei Arrow. Ich kämpfe so gegen Toxiboros 2.0. Oh, shit. Er hat mich vollgegubt. Fuck. Und Sam. Und Swam. Fuck. Swam. Swam. Ich kann mal ein Lärme-Ding noch. Geh doch drauf. Und hör auf zu kotzen. My aim is true. Ich nehm dich mal sicherheitshaber mit. Moment, wird das jetzt ein Boss-Rush? Wird das jetzt eher ein Boss-Rush? Das wird jetzt eher ein fucking Boss-Rush. So, dann vergiften wir Bonkers. Hier, bleib mal im Gift-Nebel. Habt Spaß da drin. Bleib mal da drin. Hab mal Gift. Das hab ich eigentlich nicht gewollt. Egal. Fuck it. Moment mal. Oh, it's raining. Oh, it's raining. Oh, it's raining. The good stuff. Oh, fuck yes. Wip, 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 wip. Puh. Okay. Nice. Nice Sache. Oh, ich muss was trinken, ey. Ich hab so einen trockenen Hals gerade. Fuck yeah. Ich kann trinken. Und alles perfekt machen. Mach mich ein guter. Ich bin der Gutste. Ich kann Dinge gut tun. Mann, oh Mann. Boah, echt trockenen Hals gerade. Das ist voll schlimm. Schädli. Fünf. Sternlogo. Dinge. Miau. Hä? 8x? Das sind die letzten. Es gibt insgesamt 100. Fuck my life. Und ich dachte, ich hab endlich alle. Dann wird das hier wahrscheinlich nochmal so der letzte Test für Mecha-Kirby. Wenn ich den Mecha-Suit finde. Hä? Bin ich doof? Ja, die einzige Tüte, die ich hab, ist die hier. Ach, du Scheiße. Was wird das denn jetzt hier? Das kann ja witzig werden. Fuck. Mann, ich dachte, ich hätte alles. Oh, fuck. Boah, ich dachte, ich hab alles. Ja, das bringt mir eh nix. Weil ich muss das Ding hier drehen. Aber ich hab den Mecha-Suit noch gar nicht. Jetzt sagen wir nicht, ich muss das Level zweimal oder mehrmals machen. Muss ich. Und es bringt hier auch nochmal alles ein, was ich gemacht hab bislang. Das ist verdammt cool. An sich. Aber ich hab irgendwo Schiss, ab jetzt was zu übersehen. Weil das Level wird bestimmt lang. Ja, und am Ende muss ich wahrscheinlich mit dem Suit wieder zurück. Und dann... Ja, das wird witzig. Ich muss am Ende wieder zurück. Die haben da hinten... Aber ich kann nix tun, weil ihr habt Mecha-Suit nicht. Wisst ihr, wie frustend das gerade ist? Dass ich all diese Sachen sehe, wo ich genau weiß, was ich machen muss. Und nichts machen kann, weil mir dieser Verkack der Mecha-Suit immer noch fehlt. Oh, man verlangt echt, dass man dann wieder zurück geht, ey. What? Was geht denn jetzt ab? Was ist denn jetzt dieser fucking Mecha-Suit? Oh, come on. Jetzt verarschst du mich aber, Level. Vor allem das sind... Wow, ernsthaft. Ist das dein Ernst? Das ist dein Ernst? Wow. Nochmal die Animation. Soll mir recht sein, die Animation ist cool. Weil man körbein ne fucking Fliegerbrille dann auf hat. Ja, und jetzt kann ich natürlich nicht mehr zurück. Und heroische Musik spielt. Ach, das ist schon irgendwo cool. Und ich krieg sogar die coolste Fähigkeit überhaupt. Geil. Drop the beat. Boah, alter. Cool ist es schon irgendwo, muss ich ja sagen. Jetzt nochmal durchs Level zurück zu müssen, um den ganzen Kram zu holen. Das hat echt Style. Vor allem, ich könnte ja jederzeit überall wieder hin. Außer ganz zurück, aber... Hier, das ist... Oh, ne, warte. Bleib ja hier. Und das mit Popstar. Wie ich finde, eine der coolsten Fähigkeiten, die es gibt. Bitte sag mir der erste. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Wobei Popstar kann eigentlich genauso alles, was alles andere auch kann. Ja, doch. Ich sage, Popstar kann auch alles. Von daher. Eins hoch. Ich habe gekniffelt. Psycho ist da auch broken as fuck, aber... Psycho ist da auch broken as fuck, aber... Alles kaputt. Okay, jetzt... Fuck, jetzt brauche ich was anderes. Oh man, schade. Ich hätte keinen Anfang angefangen, Spaß zu haben. Derselbe Trick nochmal, ne? Derselbe Trick nochmal, ne? You think I fall for that again, ne? Nicht mit mir. Oh, wie süß! Oh, die spielen da... Oh, das ist super süß. Das ist super süß, ey. Die spielen hier einfach das alte Kirby, wirklich. Das ist super cool. Aber Hundescheiß, haben die echt gedacht, die fallen auf denselben Trick. Trick nochmal rein. Nee. Ja, und hier ist ja nichts. Genau. Oh, ne, habe ich nichts verpasst, ey. Yeah! Cool, das gibt es auch nochmal. Jetzt nur nicht zerpassen, ey. Move, bitch! Get out the way! Das ist super cool. Das ist super nice. Gib mir Feuer! Only my choice. So, ich hoffe, der letzte hat den letzten Würfel. Das wäre super scheiße, wenn nicht. Boss Rush? Das kommt einem irgendwie ja bekannt vor, ne? Komm mal her. Psycho-Style hat er auch total broken, aber... Psycho-Style hat er auch total broken, aber... Immer einfach Lärm! Man sollte ihn sogar besiegen. Ich habe es mir fast schon gedacht. Das ist im Grunde eine Rache dafür, was er... Ich wollte gerade sagen, mein Akku kann nicht leer sein. Sekunde mal. Okay, mein Akku ist nicht leer. Da hat nämlich gerade irgendwas geblinkt. Und ich hatte gerade so... Ein bisschen Schiss, dass hier alles den Bach runter geht. Hä? Ich will loslassen. Lass los! Dann nicht. Das ist bestimmt eh nix. Okay, gut. Ich will jetzt hoffen. Oh, Nintendo, es ist immer wieder schön, wie ihr auf unsere alten Gefühle eingehen wollt. Nur damit ihr 5 Euro für etwas verlangt, was ich mir auch kostenlos aus dem Internet ziehen kann. Köff, köff! Das sieht aber trotzdem... Es sah trotzdem super nice aus. Oh, hier der Tanz, wo wir die Schraube da rausgezogen haben und die eigentlich nur das alte Kirby zocken. Fand ich super cool. Oh, yeah! Damit haben wir jetzt echt alle Würfel, oder? Roter Para. Was auch immer ein roter Para sein soll. Ein roter Schnapper. Und dafür gibt es jetzt Präsidenten Haltmann. Seltsamer Sticker zum Abschluss des Story-Modes. Wir sind aber noch nicht fertig. Es ist Boss-Zeit, Leute! !